hallo liebe leute von heute und herzlich willkommen zu diesem video ihr seid fans von europas kleinsten marionettentheater aber es reicht euch nicht aus diese welt der puppen nur auf dem bildschirm zu erleben ihr wollt uns live dann meldet euch bei uns unter folgender telefonnummer oder unter folgender postadresse das was ihr hier gerade eingeblendete seht überzeugt euch selbst auf youtube instagram facebook und tik tok von unserem talent und wenn wir euch überzeugt haben dann meldet euch egal ob kindergeburtstag erwachsenengeburtstag besuch im altenheim besuch im krankenhaus schulauftritte oder 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 ganz egal wir sind dabei was auch immer für eine veranstaltung ist und wir freuen uns auf euch in diesem sinne lasst euch nicht hängen und und bis bald euer keduma marionettentheater das kleinste in europa und bis bald